In der Beyond Return Ausgabe 26 zum Thema Joint Ventures hatte ich bereits angedeutet, dass im Hochtechnologie-Sektor geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte, Englisch Intellectual Property oder kurz IP natürlich eine zentrale Rolle bei der Strukturierung, Durchführung und Beendigung, aber auch einem späteren Exit aus einem Gemeinschaftsunternehmen spielen werden. Aus anwaltlicher Sicht stellen sich dabei drei Kernfragen. Erstens, wie bekomme ich eigentlich IP-Rechte in ein Gemeinschaftsunternehmen eingelegt? Also, wie funktioniert ein Technologietransfer auf eine Joint Venture-Gesellschaft? Zweitens, was passiert, wenn das Joint Venture eigenes Intellectual Property hervorbringt? Und drittens, wie bekomme ich im Konfliktfall geistiges Eigentum wieder aus dem Joint Venture heraus? Welche rechtlichen Grundmechanismen an der Schnittstelle von Gesellschaftsrecht M&A, geistigem Eigentum und Lizenzvertrag gelten, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Ahelger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen diesen Kanal zu abonnieren. Während des typischen Lebenszyklus einer Joint Venture-Gesellschaft nimmt geistiges Eigentum in Form von Patenten, Marken, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Halbleitertopografien, Internet-Domains, Urheberrechten an Softwarecode, Geschäftsgeheimnissen und Know-how üblicherweise eine zentrale Rolle ein. Joint Venture-Partner möchten bereits existierendes IP beziehungsweise entsprechende Lizenzrechte zur Verfügung stellen und durch das Joint Venture selbst geschaffenes IP soll einerseits geschützt, andererseits aber unter bestimmten Bedingungen durch die JV-Partner individuell genutzt werden können. Aus anwaltlicher Sicht stellen sich dabei verschiedenste Fragen, die es bei Anbahnung und Abschluss eines Joint Venture-Vertrages zu berücksichtigen gilt. Sehen wir uns zunächst einmal die erste Frage genauer an, also die, wie man existierende geistige Eigentumsrechte im Zuge eines Technologietransfers in eine Joint Venture GmbH hineinbekommt. Zunächst ist zu unterscheiden zwischen einer Einlage in das Stammkapital der GmbH und einer sonstigen Überlassung an die GmbH. Wird auf einen Gesellschaftsanteil durch den Zeichner etwas anderes als Geld, also statt einer Bareinlage, eingebracht, spricht man von einer Sacheinlage in das GmbH-Stammkapital. Sacheinlagefähig sind nach heute herrschender Meinung alle materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter sowie Rechte, sofern ihnen ein Vermögenswert beigemessen werden kann. Einlagefähige Wirtschaftsgüter sind folglich auch und gerade Immaterialgüterrechte wie etwa Patente, Gebrauchsmuster, Marken- und Geschmacksmusterrechte, gewerblich verwertbares Know-how wie beispielsweise noch nicht patentierte Erfindungen, Herstellungsverfahren und Domains sowie derivative Nutzungs- und Verwertungsrechte an all diesen Rechten, also das, was wir als Lizenzen bzw. Lizenzrechte bezeichnen. Die Übertragungsvorgänge folgen bei einer inkorporierten Technologiepartnerschaft den jeweiligen Spezialgesetzen für Intellectual Property, jeweils in Verbindung mit dem BGB oder, falls für das konkrete Immaterialgüterrecht kein Spezialgesetz existiert, ausschließlich den allgemein zivilrechtlichen Regeln der § 413 398 fortfolgende BGB. So werden Patente beispielsweise nach Maßgabe von § 15 Patentgesetz übertragen, Marken nach Maßgabe von § 27 Markengesetz und Gebrauchsmuster nach Maßgabe von § 22 Gebrauchsmustergesetz. Hinsichtlich geschützter Halbleitertopografien verweist daneben der § 11 Halbleiterschutzgesetz auf den gerade schon genannten § 22 Gebrauchsmustergesetz. Eine Besonderheit gilt nun allerdings für das Urheberrecht. Urheberrechte haben etwa in Gestalt von Softwarecode auch und gerade bei Joint Ventures und Venture-Capital-Finanzierungen im Hochtechnologiebereich bzw. einer typischen Hochtechnologie-Partnerschaft zweier Unternehmen eine erhebliche praktische Bedeutung. Nach dem sogenannten Schöpferprinzip gemäß § 7 Urheberrechtsgesetz entstehen Urheberrechte immer beim geistigen Schöpfer des Werkes und sind von diesem nicht wegübertragbar, sondern lediglich vererbbar. Das gilt gemäß § 43 Urheberrechtsgesetz sogar prinzipiell dann, wenn ein Arbeitnehmer in Ausübung seiner Tätigkeit beispielsweise einen Quellcode für seinen Arbeitgeber entwickelt. Hier liegt das Urheberrecht nach Gesetzeslage beim Arbeitnehmer, das wirtschaftliche Verwertungsrecht fällt aber gemäß § 69b Urheberrechtsgesetz an den Arbeitgeber. Auch hier wird also wieder das urheberrechtliche Schöpferprinzip sehr deutlich. Software Quellcode und der Objektcode eines Computerprogramms sind demnach also eine klassische über das Urheberrecht geschützte geistige Schöpfung des Programmierers. Das Urheberrecht verbleibt jetzt also grundsätzlich beim Schöpfer und ist nicht übertragbar. Stattdessen kann aber natürlich ein Nutzungsrecht an Software Quellcode, also eine Softwarelizenz, in die Joint Venture GmbH als Sacheinlage eingelegt werden. Werfen wir einmal einen Blick in den zentralen § 29 Urheberrechtsgesetz. Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todeswegen oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. Zulässig sind die Einräumung von Nutzungsrechten § 31 schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Verwertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte. Mit anderen Worten, auch wenn das Urheberrecht nicht übertragen werden kann, so eröffnet das Urheberrechtsgesetz doch die Möglichkeit, es wirtschaftlich im Zuge der Lizenzvergabe vollständig auszunutzen, was etwa im Falle einer unbeschränkten Exklusivlizenz am Ende des Tages einer Vollrechtsübertragung jedenfalls kommerziell gleichkommt. Um nun den im GmbH-Recht geltenden Kapitalaufbringungsgrundsatz zu wahren, muss die objektive Werthaltigkeit einer Sacheinlage immer gegenüber dem Registergericht nachgewiesen werden. Dazu der § 5 Absatz 4 GmbH-Gesetz Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so müssen der Gegenstand der Sacheinlage und der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage bezieht, im Gesellschaftsvertrag festgesetzt werden. Die Gesellschafter haben in einem Sachgründungsbericht für die Angemessenheit der Leistungen für Sacheinlagen wesentlichen Umstände darzulegen und beim Übergang eines Unternehmens auf die Gesellschaft die Jahresergebnisse der beiden letzten Geschäftsjahre anzugeben. Hierfür kommt beispielsweise das Wertgutachten eines Wirtschaftsprüfers oder anderen Sachverständigen in Betracht oder auch speziell im Fall der Einbringung von Anteilen an anderen Unternehmen bisweilen die schlichte Werthaltigkeitsbescheinigung des eigenen Steuerberaters. Übrigens, es muss nicht zwingend immer die förmliche Sacheinlage auf einen Stammkapitalanteil gemäß den strengen Vorgaben des GmbH-Gesetzes sein. Stattdessen kommt auch eine Bargründung verbunden mit einer Einbringung von IP-Rechten in das freie Eigenkapital des Joint Ventures in Betracht, etwa als Nebenleistung auf den GmbH-Geschäftsanteil. Dieses Verfahren kann die Gründung des Joint Ventures beschleunigen und vereinfachen, weil die Vorschriften über Sachgründung und Sacheinlage so umgangen werden können. Wenn Sie einen generellen Überblick über das Thema GmbH-Stammkapital, Bareinlage, Sacheinlage, Mischeinlage, gemischte Sacheinlage, verdeckte Sacheinlage und Arjo gewinnen möchten, kann ich an dieser Stelle zur Vertiefung die Beyond Return Ausgabe Nr. 58 zum Thema Stammkapital bei der GmbH empfehlen. Den Link dazu finden Sie wie immer in der Beschreibung. Alternativ zu einer Einlage des Vollrechts in das Eigen- bzw. Stammkapital der Joint Venture GmbH können IP-Rechte daneben aber natürlich auch durch den Rechteinhaber lediglich über einen Lizenzvertrag an das Gemeinschaftsunternehmen lizenziert werden. Bisweilen spricht man hierbei auch von einem Technologietransfer außerhalb einer Vollrechtsübertragung. Aus Sicht des Rechteinhabers ist das natürlich vorteilhaft, weil er im Falle eines Streits zwischen den Joint Venture Gesellschaftern möglicherweise einen Hebel gegen die übrigen Gesellschafter bzw. das Joint Venture selbst hat, indem er nämlich versuchen kann, das Lizenzrecht zu vernichten. Spiegelbildlich dazu ist das für die übrigen Joint Venture Partner natürlich eines der Hauptargumente, warum Intellectual Property möglichst in das Stammkapital eingebracht werden sollte. Dort steht es der Gesellschaft bis zur Liquidation als Teil des Eigenkapitals zur Verfügung und zwar ohne Möglichkeit von rechtstaktischen Spielchen wie etwa dem der Kündigung des Nutzungsrechts im Falle einer bloßen Lizenzierung. Legt der Rechteinhaber großen Wert darauf, Inhaber seiner IP-Rechte zu bleiben, gibt es aus anwaltlicher Sicht aber auch Kompromisslösungen wie beispielsweise eine unwiderrufliche Lizenz, die nur aus wichtigem Grund beendet werden kann. Aus juristischer Sicht sind derartige Gestaltungen jedoch sehr anspruchsvoll, weil man in jedem Fall die aktuelle Rechtsprechung und Literatur zum Thema im Auge behalten muss. Nur so lässt sich das mögliche Beendigungsrisiko einer Lizenz durch einen Joint Venture Partner und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen richtig einschätzen. Zum Thema wirtschaftliche Verwertung von geistigem Eigentum durch Technologietransfer hatte ich übrigens hier im Kanal bereits früher ein separates Video veröffentlicht, auf das an dieser Stelle hingewiesen sei. Neben an das Gemeinschaftsunternehmen übertragenen und an das Gemeinschaftsunternehmen lizenzierten IP-Rechten muss im nächsten Schritt bei der Gestaltung des Joint Ventures auch berücksichtigt werden, dass gerade im Hochtechnologie-Sektor aber natürlich auch darüber hinaus das Joint Venture eigenes Intellectual Property hervorbringen kann. Für diesen Fall sollte das Joint Venture Agreement vorsorgliche Regelungen darüber enthalten, wie selbstgeschaffenes IP zu sichern, zu pflegen und zu verwerten ist und in einem Auseinandersetzungs-Szenario auf die einzelnen Joint Venture Partner aufgeteilt werden soll. Eine häufige Gestaltung in der Praxis besteht insoweit darin, dass den Joint Venture Partnern automatisch ein näher zu konkretisierendes Lizenzrecht an selbstgeschaffenem IP des Gemeinschaftsunternehmens eingeräumt wird. Wird das Joint Venture Unternehmen allerdings nach einiger Zeit im Zuge eines M&A-Deals abverkauft, verlangt die Käuferseite häufig den Verzicht auf derartige Lizenzen zum Closing hin. Schließlich möchte ein Unternehmenskäufer in der Regel das selbstgeschaffene geistige Eigentum des erworbenen Joint Ventures vollständig, alleine und exklusiv wirtschaftlich verwerten können. Für den Fall der Beendigung des Joint Ventures sind daneben je nach Konstellation ergänzende Regelungen empfehlenswert, wonach übertragenes bzw. selbstgeschaffenes IP auf eine Lizenzholding ausgelagert wird oder das Joint Venture in eine solche Lizenzholding umfunktioniert wird und diese Zweckgesellschaft den ehemaligen Joint Venture Partnern wiederum gleichlautende Lizenzrechte einräumt. Über ein derartiges Lizenz-Treuhand-Modell lässt sich also bei korrekter Ausgestaltung auch im Konfliktfall der wirtschaftliche Zugriff auf übertragenes oder durch das Joint Venture selbst geschaffenes Intellectual Property zumindest vertragsrechtlich absichern. Mehr zum Thema Konfliktlösung und vertragliche Konfliktlösungsmechanismen bei Joint Ventures bzw. Venture Capital und Private Equity finanzierten Unternehmen hatte ich übrigens kürzlich in der Beyond Return Ausgabe Nr. 72 vorgestellt, auf die an dieser Stelle verwiesen sei. Abschließend nun noch vier ergänzende Anmerkungen. Erstens sollte bei der Vollrechtsübertragung von geistigem Eigentum auf ein Gemeinschaftsunternehmen immer überlegt werden, ob dem einzubringenden IP-Rechteinhaber ein individuelles Nutzungsrecht nach dem Closing der Transaktion verbleiben soll. Ist das der Fall, beispielsweise weil ein Joint Venture Partner sein eingebrachtes Patent auch für sein eigenes Business jenseits des Gemeinschaftsunternehmens benötigt, kann man das in der Praxis über eine sogenannte Rücklizenzierung bzw. eine Rücklizenzvereinbarung adressieren. Dabei wird im Closing-Zeitpunkt zwar das Vollrecht übertragen, der übertragende Joint Venture Partner erhält jedoch gleichzeitig ein vertraglich näher zu spezifizierendes Rücklizenzrecht am eingebrachten IP. Zweitens ist bei der Einbringung von gewerblichen Schutzrechten in einen Joint Venture mindestens eine rechtliche Due Diligence Prüfung angezeigt, wobei der andere Joint Venture Partner den wirksamen Bestand, die Lastenfreiheit und die Integrität der einzubringenden oder zu lizenzierenden IP-Rechte vorab untersucht. Mehr zum Thema Due Diligence und Due Diligence Fallbacks erfahren Sie in den Beyond Return Ausgaben Nr. 37 und 75, die ich ebenfalls unten verlinke. Drittens kann die Einbringung von Immaterialgüterrechten und Know-how in ein Gemeinschaftsunternehmen im Einzelfall auch aus kartellrechtlicher Sicht bedeutsam sein. Die EU-Gruppenfreistellungsverordnungen sind also bei der Strukturierung eines Joint Ventures stets im Hinterkopf zu behalten. Und schließlich muss viertens das Spannungsverhältnis zwischen den eben angesprochenen Lizenzen bzw. Rücklizenzen an einzelne Joint Venture Partner unter einem regelmäßig zu vereinbarenden Wettbewerbsverbot beachtet werden. So kann es zu in einem Gerichtsprozess entscheidenden Wertungswidersprüchen kommen, wenn man einem zerstrittenen Joint Venture Partner die Verletzung des vereinbarten Wettbewerbsverbotes vorwirft, gleichzeitig aber im Rahmen des Joint Venture Agreements explizit Lizenzen bzw. Rücklizenzen eingeräumt hat, die einen derartigen Wettbewerbsverstoß überhaupt erst ermöglicht haben. Hier wird der Gegner natürlich behaupten, dass das Wettbewerbsverbot für mit dieser Lizenz- oder Rücklizenzzusammenhängende Handlungen konkludent durch die Parteien abbedungen wurde. Hinsichtlich Aufbau und Funktionsweise moderner Wettbewerbsverbote und Abwerbeverbote im Venture-Capital-Bereich kann ich an dieser Stelle zum Abschluss noch die Beyond Return-Ausgabe Nr. 33 zum Thema Non-Compete und Non-Solicitation empfehlen. Geistige Eigentumsrechte können also nach deutschem Rechtsverständnis in eine Joint Venture GmbH ohne weiteres eingelegt werden. Sie sind also sacheinlagefähig, sofern ihnen ein wirtschaftlicher Wert zuzubilligen ist. Eine kleine Einschränkung gilt dabei allerdings bei Urheberrechten wie etwa denen auf den Quell-Code einer Software. Die sind zwar vererblich, aber nicht übertragbar, sodass hier mit Lizenzvergaben bzw. einem Software-Lizenzvertrag gearbeitet werden muss. Ferner sollte jedes Joint Venture Agreement ausführliche Regelungen dazu treffen, wie mit durch das Gemeinschaftsunternehmen selbst geschaffenen IP-Rechten umzugehen ist und daneben auch den Fall adressieren, dass einer der Joint Venture Partner aus der GmbH ausscheidet. Eingangbarer Weg sind insoweit Treuhandkonstruktionen, die einzelnen Joint Venture Partnern, die in Anspruchnahme von Lizenzen an zentral verwaltetem IP ermöglichen. Zur weiteren Vertiefung sei abschließend auf die eben bereits referenzierten Videos verwiesen, die Sie allesamt hier im Kanal sowie verlinkt in der Beschreibung finden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal hier bei Beyond Return. ätzlich eineuf Patrizia in dem time 2019 4 4 5 5 7 25 5 25 7 7